Heute Abend hat er sein eigenes Konzertprogramm für Sie vorbereitet. Und mit diesem Konzertprogramm ist er in ganz Europa unterwegs gewesen. Weil wenn er nicht hier auf der Hanseatik ist, dann ist er entweder auf der Europa oder an Land unterwegs. Er lebt in Moskau, ich habe ihn schon einmal vorgestellt. Dort ist er gebürtig, er hat St. Petersburg studiert, dann in Moskau weiter studiert und ist in Moskau oder von Moskau aus durch die ganze Welt gereist. Mit diesem Konzertprogramm, das er heute Abend mitgebracht hat, ja da ist er getourt in ganz Europa und in vielen großen Sälen aufgetreten, ob in Deutschland, in Belgien, in Frankreich, in Monte Carlo, im Casino und dann trifft Klassik-Pop. Und dieses Konzert hat er heute Abend für Sie mit auf die Hanseatik gebracht und ich möchte Sie bitten, ihn mit einem herzlichen Applaus hier auf die kleine Bühne zu bringen. Alexander Kolenko begleitet traditionell von der Odyssee in West. Ich wünsche Ihnen viel Glück. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.